aufnahmen erkennt man ja nun bitte mal zurück ich bin doch schon dabei so willst du fahren ja du fährst ja ich muss dann wieder rauslaufen die strömmel ... ach ja die hab ich meine hos Das sieht technisch aus. Warum gehen Autos an uns? Weil wir jetzt mit dem da fahren müssen, Mike. Guck ich da hinten ein. Damit kann ich den... Der schlägt jetzt da vorne ein. Ja du, aber ich nicht. Nein, ich bin hinten. Ich komm vorne nicht rein. Ich schieße die Dinge irgendwie nochmal ab. Dotei abschließen immer. Doch. Und früh sterben, man. Haben wir letztlich Ode nicht mehr. Schmeckt? Halbi? Wo bist du da? Ich hatte einen Schokorosie. Was ist denn die? Schokorosie nennen. Ich geh auch. Und so weiter hinten. Hättest du dir auch nichts abgegeben von? Ja, aber ich auch nicht. Ich geh auch drüber. Hättest du noch mal ab. Wolltest du ihn aufsteigen? Okay. Wach doch. Was denn? Ja, komm mal an. Wies auch du mir ja an die Annalena lösst. Okay. Das war so. wenn wir meine weste zuschauen die spaß heute nicht einmal ein spruch von dir Was? Was? Was nicht wirklich im Hammerfest? Oh. Niemand gewöhnt man wie es abgeschwistert. Ah! Nö. Ich weiß nicht. Ja. Verstehe ich nicht. Oh, muss ich nur schießen oder gar nicht? Ja, brauchst du nicht. Ja, aber die treffen mich. Ja, mich auch und? Nö, gar nicht. Also ich ziehe dir aber erst in die beste Code davor. Oh, nee. Warte, du bist wirklich gut gepanzert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich kann nicht wieder schießen. Alter, das ist nicht gut. Wieso? 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 Ich denke es mir einfach mal. Ich lege wieder hin. Nö, ist egal. Ja, ich habe gepasst, um Püppi das auch zu stellen. Ja. Dann kann ich ja wiederholen. Ich guck dir die da eh nie an. Hoffe ich. Los, lösch die nicht da schon. Ich guck dir das nicht an. Ich guck dir das nicht an. Ich guck dir das nicht an. Du darfst erstmal schießen. Du darfst erstmal schießen. Ich guck dir das nicht an. Du hast auch ein Abwanderung, bitte. Du darfst nochmal schießen. Du darfst einen Aufstieg nicht an. Ich guck dir das nicht an. Bass mich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? die denn leider ich wusste leider was der lebensatz oder duffo oder Das war's für heute. Es ist doch gut, mein. Kannst du nach vorne kommen, ja? Ja, die ist ja nicht mehr. Mit dem Prum Prum? Mit dem Prum Prum, kannst du kommen. Was? Gut, das? Gut, wer hat ne 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 ne. Und... Hey, warum halten wir den Punkt? Was? Mal retten. Ich glaube, wenn ich nicht alle Zeit bekommen muss. Sollte ich noch keine Haftlinie rauswerfen, was? Geht mir gleich auf den Sack hier. Komm mal der Sack. So lange wird jede Befugel raus? Ja. Ich bin nicht lang, damit treff ich sogar fast. Ich bin nicht lang. Auch wenn ich noch solche Möbis mache, dann klappen wir wirklich nicht. Oh, ich hab mal den Auto umgegen. Ja. So, dann können wir schon mal eine Wester anziehen. Glück machen wir mal jetzt, okay. Ich werde darauf schießen, deswegen... Sicher sehen wir dir das ja schon an. Achso, ich sollte mal auf die Waffe mitziehen, damit man ein bisschen schneller schießen kann. Und? Sammeln wieder aus, ne? Oh, ein bisschen was. Ich kann doch mal nicht mehr ausziehen. Die sind echt hier noch mal. naja fritze, wer stellt denn da immer die ganze Scheiße oben an Ops Oh ab, du klingst man Ich brauche eine Wäste und eine andere Waffe. Ich brauche eine Waffe, ich brauche eine 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 Waffe, ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe, ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Fakt reste verteidigt. Gut Das ist jetzt so gut. und straordinär. Das war es, nicht wahr? Sie haben in den Einsatzgruppen geholfen. Barry, es geht! Du bist so großartig! Wo seid ihr jetzt extrem hochkassen, was? Wie? Wir haben nur noch eh leben. Ach so, sag mal so. Ach so, ich muss leben. Ja, eh zuerst? Ja, egal. Kannst du lösen einfach. Ich flieche jetzt mal aus dem Motorholz. Ja! D'you think there's anything left of those vials? Take a look. Bastards. Now see what you can save. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay. See what's left of the fire. Can I see what you can solve, on? Okay. Es tut da, da. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Du fucking idiot! Was ist das denn? Ja, warum hat der denn schon wie die andere Magda drin, der Mann? Das ist wie ein Scheiß. Hä? Wer schießt denn hier auch nicht? Du kommst schon mit ihm Auto, um mich zu setzen. Oh komm noch nicht. Okay. Und weg. Nein? Nein? Entschuldigung, aber ich habe die Krabbe. Oh, was ist denn das? Ich habe mich nicht mehr aufgefahren. Ich habe die Krabbe. Wir haben doch noch einen Krabbe zu überlegen. Ich habe die 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 Krabbe zu überlegen. So hätte ich das normal machen müssen. Aber nicht von ganz vorne. Ey, ich war die Krabbe zu überlegen. Ach so. Da haben wir einen Krabbe zu überlegen. Ach so. Da haben wir einen Krabbe zu überlegen. Oh, fuck shit! Da mussten wir das Ding eigentlich hin. Da war so ein Wetter. Ach da unten. Ah, nicht ganz so weit weg. Du warst schon immer die andere Zeit hier. Ja, ja, aber ich meine. Die Krabbe zu überlegen. Widerstecke. Widerstecke. Ja, ich habe die Krabbe zu überlegen. Ja, ich habe die Krabbe zu überlegen. Ja, ich habe die Krabbe zu überlegen. Ja, ich habe das. Ja, ich habe das. Hier sind sie. Ihr vereinen Clifford-Code ist zurück, Herr Hertz. Das war fast ein grosses Verzweck für alle intelligenten Leben auf diesem Planeten, meine Freunde. Gut verabschiedet. Ja, ich habe das. Ja, ich habe das. Ja. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe die Person, die ich in den Tag gerät. Ah. Das war jetzt natürlich unverdient, war? Vielen Dank.